Herzlich Willkommen zu Fantastika, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Miumir Sputin an der Sprechkarnitur und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos. Und das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, das stammt aus der ehemaligen DDR. Und zwar ist das von Johanna Braun und Günther Braun, der Irrtum des großen Zauberers aus dem Jahre 1972. Im fernen Land Plikato regiert ein Typ namens Multi-Multiplikato. Und der Typ ist ein großer Techniker-Erfinder und so großartig in seinen technischen Errungenschaften, dass er sich selbst der große Zauberer nennt. Und die größte Erfindung, die er gemacht hat, das ist die Birne. Und die Birne ist nicht nur irgendeine Birne, weil Birnen gab es auch schon vorher. Aber die Birne, die er erfunden hat, beinhaltet ein bestimmtes Vitamin, das Vitamin Gamma. Und dieses Vitamin hat eine Besonderheit, es macht die Leute einfach glücklich und zufrieden. Sodass sie halt so, naja, sich mit der Realität abfinden. Und daher, ja, sich eigentlich um nichts mehr großartig kümmern wollen und auch nicht mehr tun. Und brauchen sie auch nicht, denn Multi-Multiplikato hat aus diverserlei Gründen nicht so wirklich ernsthaften Vertrauen, so was sie in die Zuverlässigkeit von Menschen gesteckt werden könnte. Ja, ganz im Gegenteil. Er ist eher so der festen Überzeugung, will man Zuverlässigkeit haben, dann kann man die wirklich nur auch von Maschinen bekommen. Und daher baut er auch für alle möglichen Sachen auch Maschinen, so was im Endeffekt Menschen überhaupt gar nicht mehr großartig was machen müssen. Sie müssen auch nicht mehr denken, sie müssen auch nichts mehr können. Und können stattdessen halt ihre gesamte Zeit damit verbringen, in sogenannte Mostonic-Zentren zu gehen. Und das sind so Erholungszentren, in denen man Spiele spielen kann und Saft kaufen kann und sich zu Gemüte führen. Und natürlich alles nicht so normaler Saft oder normale Spiele, sondern alles hat mit der Birne zu tun. Und das führt natürlich auch mit der Zeit dazu, dass die Leute anfangen, so ein bisschen rundstümlich in der Rübe zu werden. Also sind nicht mehr so sonderlich imstande zu denken, weil wozu auch? Auch was Weiterbildung generell, also auch Schulen anbelangt, befindet sich alles auf dem absteigenden Ast. Und auch diejenigen, die früher halt Lehrer waren oder Wissenschaftler, ja, wurden im weitesten Sinne halt wegrationalisiert, weil, naja, es gibt ja Maschinen, die ihre Aufgaben erledigen und viel besser, viel effizienter und viel zuverlässiger, als es Menschen jemals könnten. Und dementsprechend gibt es eigentlich keine Verwendung mehr für die ganzen Leute. Und in diesem Land lebt Oliver Input, das ist ein kleiner Junge, der in einem ärmlicheren Teil von Piccato lebt. Und er ist einer der wenigen Glücklichen, der noch zur Schule gehen kann. Da denkt man sich jetzt so, wow, Bildung in einem Land, in dem Bildung nicht mehr so groß geschrieben wird. Naja, mehr oder weniger, die Schule ist eigentlich mehr oder weniger so eine baufällige Baracke. Und der Lehrer, der früher mal so ein bisschen größerer Wissenschaftler war, aber absolut nicht mehr gebraucht wird und daher auch wegrationalisiert wurde. Dieser Wissenschaftler oder jetzt Lehrer, der auch nur noch von arbeitslosen Unterstützung leben muss, betreibt die Schule mehr oder weniger halt nur noch auf ehrenamtlicher Basis. Das auch nicht wirklich ernsthaft jetzt mit Begeisterung. Dementsprechend gestalten sich auch die Inhalte. Das heißt so, man könnte jetzt meinen, so Schule, okay, so ein alter Haudegen wird wahrscheinlich noch das richtig gute Wissen noch vermitteln, wenn auch vielleicht ein bisschen desillusioniert. Aber Hauptsache noch alte Mathematik und Geografie und Physik und all sowas. Da kann doch Oliver Inputz sich glücklich schätzen. Eigentlich nicht. Der Schulalltag beginnt eher damit, dass alle Schüler in der Klasse sitzen und alle erst mal ein bis zwei Birnen essen. Und nicht nur einfach so essen, sondern auf Kommando des Lehrers halt auch rhythmisch kauen. Damit beginnt jeder Schulalltag. Und nachdem halt die ganzen Schüler und auch der Lehrer halt ihre Birnen gegessen haben, werden sie erst mal so ein bisschen rammdösig in der Rübe und sind absolut nicht mehr imstande, großartig noch zu denken. Und eher so hängen sie da auf den Bänken rum. Und irgendwann kommt auch der Lehrer dann mal dazu, so den Schülern so ein bisschen was beizubringen. Und naja, es kommt auch ein bisschen Mathematik vor und so. Aber es ist eher so in Bezug auf halt die Birne. Das heißt, Volumenberechnung der Birne. Das heißt so, wir gucken uns an, was so im Inhalt, also was so an Stoffen in der Birne ist. Wir berechnen halt so Textaufgaben in Bezug auf die Birne. Das heißt so, wie viele Birnen muss man produzieren, um die Bevölkerung damit ausreichend versorgen zu können. Und all sowas. Und das ist halt so Oliver Input, ein bisschen zu wenig. Und der sitzt halt da so da im Unterricht und denkt sich so, hm, eigentlich würde ich gerne ein bisschen mehr lernen wollen. Und irgendwann bricht er in die Bibliothek der Schule ein. Man könnte mal meinen so, ah, da werden die ganzen großen und alten, wichtigen Bücher noch gesammelt. Das ist auch so. Allerdings sind die halt eher in so einer Art, wie soll man ausdrücken? Also wahrscheinlich würde man dazu sagen, Klohäuschen. Dass halt, wo halt die Bücher halt drin gepackt wurden und die meisten Bücher des Landes sind auch mehr oder weniger im Laufe der Zeit verschwunden. Sodass halt, ja, Bücher im weitesten Sinne nur noch so Raritäten sind, weil braucht ja auch keiner. Und dementsprechend werden die halt so gelagert in halt so kleinen Hütten. Wie halt diesem kleinen Klohäuschen, was halt zur Bibliothek umfunktioniert wurde. Und auf jeden Fall bricht da halt Oliver Input ein und klaut sich ein paar Bücher. Und begibt sich in den Urwald, weil das Land ist mehr oder weniger so in einer Urwaldregion. Und liest halt die Bücher und versucht daraus zu lernen, so viel, wie er halt aus den Büchern noch lernen kann. Und begreift dadurch weitaus mehr so, was halt an Wissen überhaupt noch existiert. Beziehungsweise früher mal existiert hat, aber heutzutage keine Bedeutung mehr hat. Und hat dann die ganze Zeit allerdings auch, weil er das heimlich machen muss, ständig damit zu kämpfen, dass um ihn herum irgendwelche Affen rumwurschteln, die in die Bücher scheißen. Und er dann so versuchen muss, ständig die Affen wegzujagen, damit er in aller Ruhe weiter die Bücher lesen kann. Irgendwann wird er natürlich dabei auch erwischt und vom Lehrer erstmal so ein bisschen zu Sau gemacht. Frei nach dem Motto, das sind so eines der letzten Bücher, die es überhaupt noch in diesem Land gibt. Und dann kannst du ihn nicht einfach so klauen, weil wenn die weg sind, dann gibt es halt keine mehr. Und da beschwert sich dann halt Oliver Input darüber, dass er halt die Bücher nicht klauen würde, wenn es überhaupt ordentlichen Unterricht gäbe. Und der Lehrer meint dann so, er soll überhaupt froh darüber sein, dass es überhaupt noch Unterricht gäbe, weil in anderen Teilen des Landes gibt es überhaupt gar keine Schulen mehr. Und damit kann sich Oliver Input einfach nicht anfreunden. Das geht einfach nicht. Und irgendwann, Individualist, wie er ist, fängt er an, halt selbst nachzudenken und zu hinterfragen so. Und kommt dann halt auf die Idee, Mensch, eigentlich ist es doch die Birne, die die ganzen Leute rammdösig in der Rübe macht. Was ist denn nun, wenn ich aufhöre, diese Birne zu essen? Und kann es natürlich nicht einfach so machen, weil es fällt ja auf, wenn er die Birne nicht isst. Und bevor die Leute die Birne gegessen haben, können sie wenigstens noch ein bisschen nachdenken. Das heißt, er muss halt ein bisschen das so ganz heimlich machen. Das heißt, er tut halt so, als wenn er die Birne noch mit isst. Und sobald halt die ganzen Mitschüler halt rammdösig sind von dem ganzen Vitamin Gamma in den Birnen, geht er halt raus und kümmert sich um andere Sachen. Und eines Tages haut er einfach mitten im Unterricht ab, merkt keinen Schwanz und begibt sich halt in so eine Art, ja, Müllkippe oder so und findet dort eine alte Rechenmaschine. Und da er ja nichts Besseres zu tun hat, nimmt er sich die Rechenmaschine und bringt sie wieder auf Vordermann. Beziehungsweise er findet da mehrere Rechenmaschinen und schlachtet halt mehrere von denen aus, um halt wieder eine instand zu setzen und zu reparieren. Und nimmt diese eines Tages mit in die Schule und behauptet zum Lehrer, dass diese Maschine schneller rechnen kann als er. Und der Lehrer, der halt nicht so wirklich Fan davon ist, wegrationalisiert zu sein, lässt es darauf ankommen und sagt so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Maschine wirklich ernsthaft schneller rechnen kann als ein Mensch, weil ein Mensch ist immer noch was Besonderes. und dann kommt es halt dazu, dass die beiden dann so eine Art Wettrechnen veranstalten. Während dieses Wettrechnens kommt eine kleine Schlange ins Schulgebäude reingekrochen und die kriegt halt in die Maschine und behindert diese Maschine so beim Berechnen, wodurch die Maschine halt länger braucht, um zu rechnen als der Lehrer. Und der Lehrer kriegt natürlich die Rechnung dieser Aufgabe schneller raus und meint dann so, ja, siehst du, ich kann schneller rechnen als die Maschine. Das heißt, ein Mensch ist immer noch besonders, also mehr besonders als eine Maschine. Und dann haut die Schlange wieder ab und dadurch rechnet die Maschine wieder schneller. Und der Lehrer flüchtet sich natürlich in Ausreden von, ja, ich bin jetzt nur ein bisschen müde, sonst würde ich jetzt weitaus schneller rechnen können. Und Oliver Input ist aber der Ansicht so, ach komm, geben Sie ruhig zu. Sie sind langsamer als eine Maschine und Maschinen sind weitaus besser zur Berechnung von irgendwelchen Sachen. Und das deprimiert den Lehrer so extrem, dass er einfach nur auch sagen kann, also Oliver Input, wenn es so weitergeht mit dir, wird es nochmal ein schlimmes Ende mit dir nehmen. Und, äh, ja, Oliver Input nimmt seine Rechnung mit halt raus, weil er auch nicht so wirklich ernsthaft damit klarkommt, dass die Leute absolut nicht einsehen wollen, dass er, ja, dass es weitaus mehr Wissen vermittelt werden könnte in der Schule und dass es weitaus mehr Möglichkeiten existieren in der Technik, aber halt keiner mehr in der Lage ist, großartig zu denken wegen dieser scheiß Birne. Und so gibt sich ein Wort, äh, das andere zwischen Oliver Input und dem Lehrer, bis dann die beiden, äh, sich darüber streiten, dass wirklich der Unterricht so katastrophal ist und der Lehrer mal wieder raushaut, Oliver Input soll glücklich sein darüber, dass überhaupt Unterricht noch stattfindet. Und Oliver Input meint dann so, ja, also der Unterricht ist so, äh, katastrophal mies, dass wahrscheinlich selbst die Affen im Urwald im Stande sind, dem Unterricht zu folgen. Und darauf meint dann der Lehrer so, dass das überhaupt gar nicht stimmen würde und niemals Affen über die Schwelle der Schule schreiten werden, um den Unterricht hier mitzumachen. Und somit haut dann Oliver Input ab aus der Klasse mit seiner Rechenmaschine und total unverstanden und denkt sich nur so, na warte Lehrer, eines Tages, eines Tages werden Affen hier auf den Schulbänken sitzen und dann wirst du sehen, dass auch sie imstande sind, deinem Unterricht zu folgen. Am Abend des gleichen Tages kommt Oliver Input dann nach Hause und sein Vater meint nur so, Edu, äh, die Birnen auf dem Birnenbaum direkt vor unserem Haus, die sind reif, die wollen wir heute pflücken, damit, ähm, modern in der Lage ist, daraus, äh, Marmelade zu machen. Und, ähm, zuerst ist Oliver Input nicht so wirklich Fan von, weil sie denkt so, ach, schon wieder Birnen. Lässt sich aber dazu überreden. Und, ähm, dieser Birnenbaum ist, äh, ein besonderer Birnenbaum. Denn, äh, eigentlich gibt's einen ganz Plikato, ausschließlich die Birne mit dem Vitamin Gamma, aber, äh, auf diesem Birnenbaum gibt's noch originale Birnen. Also, ohne dieses komische Vitamin, sondern so wie früher. Und, äh, Oliver Input klettert so halt diesen Birnenbaum hoch und fängt dann halt an, so die Birnen zu pflücken, merkt aber so, hm, die riechen aber komisch, die haben so einen komischen süßlichen Geruch. Hm, ich werd mal eine probieren. Und dabei stellt sich heraus, dass die Birnen schon angefangen haben zu gären und zu faulen. Oder anders ausgedrückt, dass die mehr oder weniger schon, äh, angefangen haben, Alkohol zu bilden. Und, äh, der Vater ruft immer nur so hoch, so, Mensch, wann kommt denn wieder neue Birnen? Und, äh, Oliver Input denkt sich so, diese Birnen, Birnen mit Alkohol hab ich ja noch nie gegessen. Und wird immer, immer besoffener von, äh, den ganzen Birnen, die er da so futtert. Schafft's auch hin und wieder, tatsächlich nochmal ein paar Birnen, äh, zum Vater runterzulassen. Der immer wieder sagt so, du darfst aber keine von diesen Birnen essen. Aber ist Oliver Input natürlich vollkommen egal. Ja, äh, sagt zwar immer so, ja, ja, hm, mach ich nicht. Futtert aber trotzdem immer noch eine Birne nach der anderen. Und wird davon, äh, so stockbesoffen, dass er erstmal so die nächsten zwei, drei Tage im Bett liegt, weil er einen totalen Kater hat und nicht imstande ist, aufzustehen. Ist aber der Ansicht so, ey, das war's wirklich wert. Die Mutter kocht daraus auf jeden Fall erstmal Marmelade. Und, ähm, so wie jedes Jahr, wenn sie aus den Birnen Marmelade kocht, wird das eher so eine ganz komische, äh, zähe Masse, die kein Mensch wirklich ernsthaft konsumieren kann. Und von daher, äh, ja, also Oliver ist dann der Ansicht so, also sie ruiniert jedes Mal das, was, äh, gut ist an den originalen Birnen. Noch dieses Jahr ist die Mutter nicht so ganz so Fan von dem, was sich daraus ergeben hat, weil die Birnen waren halt wirklich schon komplett überreif. Und dementsprechend schmeckt die Marmelade auch eher nach Alkohol. Dementsprechend ist er der Ansicht so, hm, na nee, die Marmelade ist mir misslungen und somit, ähm, schmeißt sie sie halt weg, ähm, die nächste, äh, Gosse, mehr oder weniger. Und Oliver Input denkt sich so, Mensch, eigentlich ist das doch das genau richtige Zeug, um meinen Plan durchzuführen. Und er schnappt sich halt ein paar Plastiktüten am nächsten Tag, packt die Marmelade dort rein, und verzieht sich damit in den Urwald. Packt halt so ein bisschen so von der Marmelade auf den Boden. Und die Affen, die ihm die ganze Zeit so, äh, genervt hatten, als er die Bücher gelesen hat, die, äh, streiten sich natürlich um das Zeugs, weil es so süß ist, klebrig und halt diesen Alkohol drin hat. Und schon nach wenigen Tagen, also, äh, Oliver Input macht das über mehrere Tage hinweg, nach mehreren Tagen fressen sie ihn quasi aus der Hand. Also, sie sind wirklich ernsthaft süchtig geworden nach der alkoholischen, äh, Marmelade und lassen sich dadurch immer näher, immer näher, immer näher zur Schule locken. Bis dann eines Tages, Oliver, bevor der Lehrer zur Schule kommt, äh, es schafft, die Affen durch das Fenster in den Klassenraum zu locken und dazu zu bringen, sich auf die Bänke zu setzen. Und das machen die Affen dann auch, auch weil sie sich nicht imstande sind, so irgendwie großartig noch zu regen, weil sie einfach zu stockbesoffen sind von dieser Marmelade. Und, ähm, dann kommt da der Lehrer so an und wundert sich so, hm, Oliver, du bist schon da um die Zeit, dann kannst du mir helfen, äh, das Schulgebäude nach Schlangen zu durchsuchen, damit halt dir niemand aus Versehen gebissen wird. Und, äh, Oliver sagt so, ja, das mach ich. Und der Lehrer schließt so den Klassenraum auf, geht dann so rein, sieht die ganzen Affen da sitzen. Alle vorbittig auf den Bänken, also zumindest die Affen, die auf Bänken noch Platz gefunden haben, alle anderen sitzen rein brav so in dem Raum rum. Und der Lehrer kann überhaupt gar nicht drauf reagieren. Und, äh, macht einfach das, was er jeden Morgen macht, so. Erst die ganzen Ecken nach Schlangen durchsuchen, weil er überhaupt gar nicht weiß, so, wie er damit umgehen soll, dass jetzt wirklich, Tatsache, Affen in seinem Klassenzimmer sitzen. Während die beiden halt so nach Schlangen, äh, die Ecken so durchsuchen, landet so ein Pfeilflügler, so eine Art Fluggerät, äh, unweit von der Schule. Dort steigt ein Herr in weißen Klamotten aus und, äh, kommt zur Schule, bittet darum, Oliver in Putt auszuhändigen. Und Oliver in Putt ist so, der Ansicht so, nee, willst du hier? Aber der Herr beharrt einfach drauf, weil der Herr stammt aus Integral. Und Integral, das ist die Hauptstadt von Plikato und dort wohnt der große Zauberer. Und dieser Herr in den, äh, weißen Klamotten arbeitet für diesen, äh, großen Zauberer. Und der Lehrer meint nur so, siehste, ich hab doch gesagt, eines Tages wird das Ganze mal ein schlimmes Ende mit dir nehmen. Und auch wenn Oliver in Putt nicht wirklich ernsthaft, äh, mit dem weißen Herrn mitgehen möchte, muss er das tun. Und die beiden begeben sich zum Pfeilflügler, setzen sich rein und fliegen von dann. Am nächsten Tag wacht dann Oliver in Putt auf in einem relativ kerklichen Raum. Also da ist relativ wenig drin, hauptsächlich ein Bildschirm an der Wand. Und er wundert sich so, hm, was ist denn das hier? Wo bin ich hier überhaupt? Und plötzlich antwortet eine Stimme, Herzlich willkommen zum Eintritt in die Kybernetische Akademie, Oliver in Putt. Wie, wer, wer bist denn du? Ich bin die komplizierteste, teuerste und größte Maschine im ganzen Land. Schön für dich, aber ich will raus. Doch die Maschine antwortet kein bisschen rauf. Stattdessen erscheinen auf dem Bildschirm Rechenaufgaben, die er lösen soll. Er meint so, ich will erst was zu essen. Dann kriegt er auch was zu essen. Ah, links nur die, äh, berühmt berüchtigte Birne. Dann meint er so, ich will was ordentliches zu essen haben. Aber die Maschine reagiert einfach nicht drauf. Und er denkt sich dann so, Oliver in Putt, verdammt, also irgendwas zu futtern brauche ich. Dann futtert er erstmal die Birne und denkt sich so, hm, also wenn ich jetzt die Rechnung berechne, vielleicht ist die Maschine ja dann ganz nett und gibt mir was ordentliches zu essen. Und dann berechnet er die, äh, äh, Formel auf dem Bildschirm, bis er das endlich richtig hat. Und denkt sich so, juhu, jetzt kriege ich bestimmt was zu essen. Zack, erscheint die nächste Formel auf dem Bildschirm. Und Oliver in Putt dämmert so langsam, dass bis er aus der kompliziertesten, größten und teuersten Maschine im gesamten Land wieder raus kann, dass das noch ein bisschen dauern kann. Die beiden Schriftsteller Johanna und Günther Braun stellen eine Besonderheit im Rahmen der DDR Science Fiction dar. Während die meisten DDR Science Fiction Autoren eher so aus einem technischen Background stammen und später dann angefangen haben, mit diesem technischen Background Bücher zu schreiben, stammen die beiden, äh, Johanna und Günther Braun eher aus einem, ja, literarischen und journalistischen Hintergrund. Geboren wurde Günther Braun 1928 in Wismar, Johanna Braun 1929 in Magdeburg. Und, ähm, die Berufe, die die beiden hatten, zeigen schon ein bisschen sehr stark, welchen anderen Backgrounds sie hatten. Beispielsweise war Günther Braun sowohl Apothekergehilfe, Lokalreporter, Redakteur und Bibliothekar. Johanna Braun war Landarbeiterin, Kaufmannslehrling, Stenotypistin, Sekretärin, Redakteurin und Reporterin. Also weniger so, das, was man eigentlich erwartet als, ähm, Background für einen Science Fiction-technischen Hintergrund. In den 50ern haben sie dann angefangen, ähm, Bücher zu schreiben. Und zwar konkret eher so Jugendbücher, sind dann später so um die 60er-Wende rum dann zu Büchern übergegangen, die sich eher so mit wandelnden Rollenbildern auseinandersetzen. Und erst im Jahre 1972, ähm, eben erst mit, äh, der Urtum des großen Zauberers, sind sie richtig so in der Science Fiction und in der Fantastik angekommen. Vorher hatten sie schon einige Kurzgeschichten im Bereich von Science Fiction geschrieben und veröffentlicht. Aber erst, der Urtum des großen Zauberers war das erste Science Fiction-Buch von den beiden. Die, äh, ganzen darauffolgenden Bücher, äh, auch aus der Science Fiction jetzt aufzuzählen, wurde jetzt zu weit führen, da sie ein sehr großes Schaffenspensum hatten. Also ich, bin jetzt nicht so ganz so sicher, aber wahrscheinlich werden es schon so um die 30 oder so Bücher sein. Auch nach der Wende haben sie noch einige Bücher veröffentlicht. Was noch zu erzählen wäre, ist, dass sie, ähm, zum Ende der DDR-Zeit einige Bücher nur noch, ähm, der BRD veröffentlichen konnten, da es so ein bisschen Schwierigkeiten gab, ja, mit der politischen Richtlinie, die zu DDR-Zeiten halt existierte. Und da wurde ja durchaus, äh, von oben so ein bisschen auch mit reingeredet, was jetzt veröffentlicht werden darf und was nicht. Somit haben sie, äh, im Laufe von, ja, so knapp 40 Jahren, schätzungsweise, eine Unzahl an Büchern rausgebracht und, äh, das letzte Buch war dann 1998, das Buch Herr Amauf. Was man zu den Brauns noch sagen kann, ist die Tatsache, dass sie einen sehr, äh, verschrobenen und sehr schrulligen, äh, literarischen Stil bedient haben. Also, dass, ähm, man ihnen anmerkt, dass sie halt eben gerade nicht aus einem technischen Background, sondern aus einem schriftstellerischen Background kommen. Und, die Bücher, die sie schreiben, daher auch sehr sprachlich sich abheben. Während es in den meisten DDR-Science-Fiction-Büchern es wirklich um die Beschreibung geht, auch die technischen Aspekte und auch hin und wieder mal ein bisschen Humor, sind die Brauns sehr stark, ähm, wie soll ich es ausdrücken, stilisiert in dem, wie sie etwas darstellen. Sie spielen mit der Art und Weise, wie sie erzählen. Sie spielen damit, dass durchaus auch mal ständig gesprungen wird zwischen direkten Dialog und indirektem Dialog und haben durchaus auch einen sehr ausgefeilten, ja, Sprachstil, aus dem der Erzähler halt, ähm, im Normalfall erzählt. Das ist gerade bei, äh, Irrtum des großen Zauberers sehr stark zu bemerken. 2018 sind die beiden dann innerhalb von relativ kurzer Zeit dann in Schwerin gestorben und, äh, viel mehr gibt's zu den beiden eigentlich nicht mehr zu sagen. Außer, dass sie wirklich ein sehr großes Werk hinterlassen haben und dass auch die, äh, nicht Science-Fiction-Bücher durchaus sehr stark eine Leseempfehlung sind. Der Irrtum des großen Zauberers von Johanna und Günther Braun ist ein sehr bemerkenswertes Buch. Ich hatte ja schon in der Rubrik Autor angedeutet, ähm, dass die beiden in einem sehr stark stilisierten Stil schreiben. Das, äh, zeigt sich sehr stark auch in diesem Buch, dass, äh, hauptsächlich der Wechsel zwischen direkter und indirekter Rede und hauptsächlich, ähm, ja, wie soll ich's ausdrücken? Also, das Buch ist sehr stark so eine Art sehr langer innerer Monolog. So kann man's vielleicht am ehesten ausdrücken, in dem Oliver Input halt die ganze Zeit denkt und seine Gedanken, die ständig eine Kommentierung der aktuellen Situation und auch der Welt, in der das Ganze spielt, also im Lande Multiplicato. Und das macht das wirklich sehr, äh, interessant, weil, äh, man sehr viel über die inneren Gedankengänge erfährt. Und, äh, was mich durchaus interessieren würde, aber es wird sich wahrscheinlich kaum rausfinden lassen, aber ich vermute mal, Leute, die zu der Zeit, äh, geboren worden sind oder zumindest zu der Zeit schon alt genug waren, werden das wahrscheinlich irgendwie bestätigen, dass das Buch ein sehr systemkritisches Buch ist. Also sehr kritisch dahingehend, dass man nicht irgendwie einen möglichen Scheiß sich einreden lassen sollte von denen da oben und halt sehr stark auch individualistisch denken können sollte und dass man halt, ähm, durchaus auch Ansprüche haben sollte gegen die, in Anführungszeichen, Staatsdoktrin. Was auch bemerkenswert ist, ist die Modernität des Stoffes. Also das Buch ist ja von 1972 und in diesem Buch gibt es auch auf Seite 6 eine kurze Passage, die möchte ich jetzt gerne mal kurz zitieren. Wenn ich auch ab und zu die Affenscheiße von den Blättern blasen musste, kam ich doch dahinter, was eigentlich Geometrie und Arithmetik bedeuten sollten, dass die Physik angeblich die Lehre von den Körpern sei und welcher technischen Errungenschaften die Leute sich vor 50 Jahren rühmten. Denn in der Schule buchstabierten wir immer aus der Zeitung und schrieben oder rechneten auf den weißen Zeitungsrändern und jetzt kommt's Und wir zerlegten zum tausendsten Mal die Birne, wir zählten ihre Kerne, bestimmten Farbe und Struktur des Fruchtfleisches und hörten immer wieder vom einzigen Lehrer, der an unserer Schule tätig war, dass sie vor 30 Jahren als noch strengere Maßstäbe geholfen hätten, der damalige Landesboss den Titel Schuldirektor feierlich verliehen hätte und so weiter und so weiter. Und inwiefern das ganze aktuellen Bezug hat, ihr habt ja gemerkt so, dass der Schulplan sich hauptsächlich um die eine Birne dreht, die Multi Multiplicator gezüchtet hat und jetzt möchte ich mal ein kleines Stückchen aus Stupid White Man von Maike Moore zitieren aus der deutschen Ausgabe Seite 148 In einem Rechenbuch für die dritte Klasse müssen die Schüler die Bonbons Tootsie Roads zählen. Ein von Hershey gesponserter Lehrplan, der in vielen Schulen verwendet wird, arbeitet mit einer Chocolate Dream Machine. Sie enthält Lektionen in Rechnen, Naturwissenschaften, Geografie und Ernährung. An vielen High Schools wurde der Wirtschaftsunterricht von General Motors gefördert. GM schreibt und liefert die Lehrbücher sowie den Lehrplan des Kurses. Die Schüler lernen am Beispiel von GM die Vorzüge des Kapitalismus und wie man ein Unternehmen leitet. Eins wie GM. Und anhand dieses kleinen Stückchen kann man erkennen, so wie heutzutage in den USA zumindest, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, aber in den USA auf jeden Fall, Stück für Stück Unternehmen, die Lehrpläne bestimmen und einfach mal ihre eigenen firmeninternen Sachen dazu benutzen, Schülern was zu vermitteln, natürlich zu Werbezwecken. Und im Endeffekt ist das genau das, was auch Mutti Multiplicato macht mit der Birne, dass in den Schulen, die überhaupt noch unterrichten, halt es ausschließlich um die Birne geht und was in gewisser Weise ja auch wiederum PR ist. Und wenn man sich auch alte Schulbücher aus DDR-Zeiten anguckt und wahrscheinlich auch aus anderen entsprechenden Regimen, fällt einem natürlich auch auf, dass sehr viele Aufgaben sich sehr stark auf das konzentrieren, was die jeweilige Regierung, was der jeweilige Staatsapparat halt von sich gerne kommuniziert haben möchte. Und das ist schon echt bemerkenswert, dass trotzdem die DDR nicht mehr existiert, ja in gewisser Weise der Kapitalismus genau das wieder aufgreift, was schon früher halt ja, Ideologien versucht haben durchzuziehen. Und zwar, dass das Schulsystem sehr stark ja indoktriniert, wie gefälligst man zu denken hat. Und das ist halt eines der vielen kleinen Anspielungen und Zitate und kleinen ja, Witzigkeiten, die in dem Buch existieren. Das heißt so, man kann es durchaus als Unterhaltungsbuch lesen, wo jemand ein in gewisser Weise dystopisches System versucht irgendwie zu ändern. Man kann es aber auch wirklich versuchen als, wie soll ich es ausdrücken, Metapher zu sehen als eine Art Allegorie. Und das macht das Buch wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das hilft auch ein bisschen darüber hinweg, dass die Story eigentlich relativ geradlinig erzählt ist. Also im Gegensatz zu beispielsweise Alarme im Tunnel Transterra, was ich ja in der letzten Ausgabe rezensiert habe, wo es sehr viele parallele Handlungsstränge gab. haben wir hier eine sehr straighte Story, die von vorne bis hinten durchgezogen wird, aber sehr stark davon lebt, wie sie halt präsentiert wird und dass die Komplexität halt auch sehr stark durch das Innenleben und die inneren Kommentare von Oliver Input kommen. Insofern ist es auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Buch. Also ich habe, ja eigentlich hatte ich mir das Buch nur gekauft wegen dem tollen Cover, aber im Endeffekt bin ich echt total begeistert. Also es ist auf jeden Fall eines der Bücher, die ihr unbedingt gelesen haben müsst. Da habt ihr echt wunderbare Unterhaltungen. Es ist auch nicht zu kompliziert und es lässt auch wirklich so diesen technischen Aspekt ein bisschen raus, sondern konzentriert sich eher so wirklich auf diesen, ja fast schon satirisch-ironischen Aspekt von Technik-Hyperbegeisterung und das macht das Buch sehr geil. Ich weiß nicht, ob es das noch aktuell zu kaufen gibt. Auf jeden Fall gab es das aber in verschiedenen Ausgaben, also sowohl in der DDR in verschiedenen Ausgaben als auch in der BRD wurde es veröffentlicht. Insofern findet ihr es dann relativ schnell auch bei Amazon oder bei Booklooker. Also insofern dürfte es da keine Schwierigkeiten geben, an das Buch anzukommen. Ja, der Autum des großen Zauberers von Johanna und Günther Braun aus dem Jahre 1972 zuerst meines Wissens nach erschienen im Verlag Neues Leben bekommt von mir eindeutig eine Leseempfehlung. Das war es mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie zum Beispiel die Bezugsmöglichkeiten und ISBN-Nummern für die Bücher, die ich euch vorstelle, erhaltet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotine.de Dort findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung unterstützen könnt und könnt ihr auch kommentieren. Haben einige von euch ja schon fleißig getan und mir noch weitere Bücher empfohlen. Das heißt so, ich muss noch sehr viel mir nachkaufen. Freut mich, freut mich, freut mich. Und ja, ich möchte noch zur letzten Episode etwas sagen und zwar hatte ich vergessen zu erwähnen, dass Michael Samait gerade aktuell an einem neuen Roman schreibt und zwar mit dem derzeitigen Arbeitstitel Wie sind der Traum, den Gondon träumt und da könnt ihr sogar schon einen kleinen Auszug aus seinem Manuskript lesen und zwar auf dem Blog von seiner Seite michael-samait.de werde ich noch mal in den Shownons verlinken und da erfahrt ihr dann auch, dass vor kurzem auch diverse Erzählungen veröffentlicht wurden unter anderem auch eine Erzählung ins Englisch übersetzt. Ich weiß nicht, ob das für euch relevant ist, weil wahrscheinlich könnt ihr mit der Deutschen mehr anfangen, aber wenn ihr das Englische mächtiger seid, habt ihr dann die Möglichkeit, etwas von ihm zu lesen, ohne Sprachbarrieren zu haben. Tja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ich war letzte Woche, also am 13.3. bei einem Vortragsabend vom Andimon SF Club in Berlin und dort hat Karl-Heinz Steinmüller einen Vortrag gehalten und das war mal sehr interessant, auch mal wirklich unter alteingesessenen Lesern der Bücher. Also ich kenne die Bücher, die ich jetzt hier gerade alle lese, ja erst seit kurzem und es gibt auch einige, die die Bücher damals noch gelesen haben, als die Zeit noch DDR war und daher auch einen anderen Bezug zu den Büchern haben und es war mal sehr interessant, auch mit Leuten mit einer anderen Sichtweise an die Bücher mal ins Gespräch zu kommen und an diesem Abend habe ich auch eine kleine Überraschung durchaus vorbereiten können, die erfahrt ihr allerdings erst in der nächsten Ausgabe von Fantastica, da müsst ihr euch ein bisschen noch gedulden, also es wird eine Art Special geben, mehr sage ich dazu noch nicht. Ansonsten möchte ich mich noch bedanken für das zahllose Verlinken in diversen Blogs, unter anderem den Blog von Dan Riker, den werde ich auch verlinken, dort sammelt er Newsmeldungen zum Thema Science Fiction, sehr interessant und natürlich auch mich bedanken bei Nerdcore, hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen, die auch die Sendung verlinkt haben. Freut mich, freut mich, freut mich, sind sehr viele neue Hörer dazugekommen und kann ich mich immer nur darüber freuen und ja, super. Ansonsten fällt mir nächstes weiter ein, was ich noch sagen wollte, deswegen machen wir einfach jetzt mal Schluss und ich sage aus dem Weiten des Kosmos, grüßt euch Mio Mesputin an der Sprechgarnitur. Viel Spaß mit der Irrtum des großen Zauberers. In der nächsten regulären Episode von Fantastica versuchen wir zu ergründen, wohin es eigentlich die Götter verschlagen hat. Wir kennen ja nur Gerüchte. Sprechgarnitur. 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 Untertitelung des ZDF, 2020